Allgemein bin ich dafür, dass nicht gegessen wird in der O6, weil auch unter meinen Umständen zum Beispiel ist es jetzt sehr praktisch, wenn ich nicht immer die Gerüche habe. Ich bin gegen Verbote, die zu restriktiv sind. Man muss jetzt nicht unbedingt Wasser mit viel Knoblauch oder so nehmen. Ich finde das eine gute Aktion. Wegen der berufsbelästigen Frauen. Ich bin gegen Verbote, die zu restriktiv sind. Ich bin gegen Verbote, die zu restriktiv sind.